Ey, hier gibt es einfach Apfel-Cola in diesem Convenience-Store in Taipei. Schau mal, schau mal, schau mal, das hier. Da steht Apfelgeschmack. Alter. Schau, wie das schmeckt, ja? Ey, das schmeckt geil. Stellt euch vor, wenn eine Apfelschorle nach Cola schmecken würde. Oder eine Cola mit ganz leichtem Apfelgeschmack. Ist gut. Ey, das könntest du in Deutschland auch auf den Markt bringen. Cola, was ist los? Mach das mal. Ich werd nicht mehr, Alter. Also ich feier es, Alter. Hättet ihr Bock, das zu probieren?